so freunde willkommen zu diesem video wir werden uns den neuen monat zellen einmal anschauen und das ist ita also monat zelt august 2023 sieht erstmal diebisch aus sieht aus wie ein schurke das ist schon mal gut ich mag schurken deswegen finde ich sie auch ich finde sie auch optisch ganz cool ja also dass das muss ich schon mal erst mal so so festhalten das ist das ganz 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 nice der schurke mit seinem dolz hier erst mal optisch und klasse super perfekt bin ich ein freund von dann gehen wir weiter fangen wir hier auf der seite an alpha auf der seite an machen wir erst mal weil hier die zwei weil die alpha ding ins ist dann haben wir das aus dem weg sag ich jetzt mal so das ist der angriff verstärkt das ist prinzipiell schon mal gut also hoffen wir auch dass der monat zelt irgendwas macht was damage macht sonst wäre das ja irgendwie ein bisschen albern wir haben zwei passiv fähigkeiten so und das eine sieht nach dem dodge aus und das andere sieht nach irgendwas widerstehen von minions oder sowas was sehr geil wäre gucken uns das erst mal spezial schaden ausweichen dieser charakter hat eine chance von zehn prozent spezialfähigkeiten die schaden zufügen auszuweichen das ist nice das ist sehr geil sie kann also durch ihr passiv ausweichen und durch ihre klasse die ist so richtig sneaky weißt du das ist richtig gut also ist auch ein kandidat je nachdem wenn wir da mal gucken was das für eine mana geschwindigkeit ist ob der vielleicht sogar auch in die defensive könnte vielleicht auch durch sein special weiß man nicht weil wir wissen ja alle dass zehn prozent gefühlt in der defensive häufiger passiert als zehn prozent wer weiß so der charakter die angeborene fähigkeit status effekten zu widerstehen die von lakaien stammen ah wunderschön wunderschön das ist nämlich so ein held lassen wir es mal hoffen das ist so ein held der zum beispiel dem gift von bera widersteht der dem mana entzug von der herrin oder von water pipe widersteht das sind solche sachen ähm die auch die die luna helden machen oder auch wähler zum beispiel wähler macht das auch ich glaube die warner auch die warner hat auch so ein passiv da müsste ich gleich noch mal warte mal da können wir noch mal eben ich meine die warner ja kannst ja selber gucken aber das müsste auch so sein dass halt ähm status effekten status effekte sind ja eigentlich im endeffekt nur das gift deswegen überlege ich jetzt gerade ob der status effekt das auch mit dem mana und das da auch was mit zu tun hat mhm dann müsste man mal bei einem luna helden gucken warte mal hat den vielleicht jemand hier hier drin zufällig so ein luna helden das wäre ja mal ganz ganz interessant ein luna held dann war schön ich suche einfach nur da bin ich mir jetzt einfach nicht hundertprozentig sicher weil solche helden habe ich halt nicht ja deswegen das ist auch ein bisschen das problem auch schön kann denn hier mal so ein luna helden stehen das kann doch nicht sein enttäuscht mich alle ich habe selber keinen ach so ach so das sind die unsere nostalgiker der fisch erinnern luna helden warte mal das muss ich jetzt aber mal eben rausfinden ich muss jetzt mal eben leider mal eben suchen oh ich kann dich jetzt aber ja dann kann ich jetzt auch nicht suchen ich muss dich gleich angreifen ach so ne kacke den greifen wir an den hick hocken kennen wir ja ok wenn ich jetzt weiter suche ist er weg wenn ich jetzt ein pvp mache das hat nichts mit dem held des monats zu tun also müssen wir das jetzt erstmal verschieben ich bin jetzt nicht zu 100 prozentig sicher ob sich das auch auf mana bezieht status effekte mana clown ist ja kein status effekt oder ist das ein status effekt also nicht muss man ausprobieren aber wenn man wenn man luna helden hat und hier das passiv sich anguckt und liest dann wird man es auch wissen dann braucht man es gar nicht testen wenn da das gleiche steht dann weißt du dass das auch funktioniert ja lassen wir das jetzt erstmal so stehen ich muss es ausprobieren vielleicht schreibe ich es nochmal als angepinnten kommentar drunter wenn ich irgendwie einen gefunden habe oder sowas und dann das nachsehen kann ja weil die machen dann die machen dann halt gar nichts die minions so deswegen muss ich mal gucken wobei die luna helden nehmen halt die minions komplett raus die machen halt auch gar keinen schaden mehr die tickern ja noch nicht mal deswegen könnte ich mir vorstellen dass es hier nur um die status effekte geht und nicht um den mana clown aber unter vorwahl lassen wir das erstmal so stehen erstaunlicher einbruch ja das passt zu einem schurken mana geschwindet sehr schnell oh also ich kann jetzt schon sagen ich bin jetzt schon ein fan von diesem monat zellen sehr schnell mit dodge und schurke und sieht gut aus als mehr als monat zellen ja so stiehlt alle bannbaren boni vom ziel und verteilt sie zufällig auf verbündete geil ludwig ludwig fällt mir da einfach ein den spott alphaspott foch süß queen anne theoretisch auch das hippo lass das hippo mal auslösen feuer ita drauf dann ist der ist der gedönster von vom hippo weg und das hat irgendeiner von uns also sehr geil gefällt mir sehr stark stiehlt 35 prozent mana vom ziel und verteilt es auf verbündete seitdem ich rafia nun nur gibt gemacht habe bin ich da ein sehr großer fan von 35 prozent mana warte mal lass uns mal eben einmal ganz kurz gucken sie stiehlt 50 mana okay das ist ein bisschen mehr aber das ist ja kein problem 35 prozent mana klauen ist super ja mache ich ganz ich könnte es wieder zeigen ich habe meine ganzen pvps heute mit dem ruby und nur gibt team gemacht ich habe alle gewonnen ich habe gegen doppel jove gespielt ich habe gegen spotter gespielt ich habe gegen hurricane gespielt ich habe gegen aramis gespielt ich habe gegen alle gespielt gegen alle tophelden alle gewonnen alle mit doppeltem leben alles easy also das ist das ist schon geil dieses mana klauen und verteilen vor allem je schneller deine helden sind desto mehr impact hat das halt weil dann durch das verteilen sag ich mal ist dann meistens zum beispiel meine ruby von stufe 1 auf stufe 2 und das ist dann auch immer ganz geil ne also das hilft auch bei nur gibt oder bei ruffian wie auch immer man sie jetzt nennen will ist das natürlich ein bisschen mehr aber hier nichtsdestotrotz sehr gut man muss ja auch bedenken sie ist sehr schnell nur gibt nur schnell in anführungsstrichen nur ja aber auch sehr stark also boni klauen und verteilen und mana klauen vom ziel also du nimmst das ziel erstmal den ein erstmal gut raus auf mehrere wäre zu krass bei sehr schneller geschwindigkeit ja das nur mal so nebenbei also für die mana geschwindigkeit ist das was sie tut super ne man könnte sich jetzt rein theoretisch auch nicht beschweren wenn sie in anführungsstrichen nur schnell wäre ne dann wäre das immer noch gut alle verbündeten erhalten 30% angriff für zwei züge zwei züge das ist ein bisschen wenig aber sie ist halt auch sehr schnell ne also in der regel ist sie halt auch mit sechs steinen voll wenn man eine elfer mana trupp hat oder dann müsste man gucken das äquivalent zu stücks von magic ich habe videos dazu gemacht kann man ganz einfach nachgucken ähm es gibt doch immer noch die ähm die übersicht mit den ganzen mana geschwindigkeiten und äh welche welche mana geschwindigkeit bei wie vielen steinen an ist und sowas habe ich auch ein video dazu gemacht einfach mal suchen wenn man es noch nicht weiß ne aber halt ähm eine elfer mana truppe reicht um halt einen sehr schnellen helden von sieben auf sechs steine zu kriegen elementare verbindung verleiht zehn prozent mana regeneration für alle heilig helden für vier züge oh das ist auch schön gibt auch noch mal ein bisschen mana okay also geil wirklich sie macht zwar keinen schaden sie ist ein reiner support held ja also macht im endeffekt eigentlich diese diese fähigkeit hier gar keinen sinn die ist nur für den steinschaden also gut weiß ich man hätte man hätte ja zumindest macht irgendwie noch 150 prozent schaden oder sowas hätte man ja noch reinbauen können finde ich ne aber die die fähigkeit macht jetzt halt nicht hier so wirklich sinn dann hätte man hier eher als supporter irgendwie sowieso bollwerk geben können oder von mir aus auch dodge oder gegenschlag oder sowas angriff verstärkt weiß ich nicht ähm macht jetzt doch nicht so viel sinn bei einem helden der keinen direkten damage macht sondern aber gut lassen wir mal so stehen wir sind ja immer offen für überraschung nachdem loki lax von mittel auf langsam wird da haben wir jetzt halt einen helden der als alpha fähigkeit auf angriff verstärkt hat und gar keinen offensiven angriff macht ok neue zeiten jeder tag ist äh da passiert irgendwas neues gut aber vom prinzip her muss ich sagen tatsächlich das ist ein geiler monat für mich für mich um eine spielweise da wo ich spiele wo ich nur alphaspotter gegen mich habe fast in jedem angriff ist das ein held wo ich sagen muss der ist durchdacht der hilft in der jetzigen meta ja das haben wir ja nicht immer meistens gibt es ja dann noch immer noch so einen drauf sodass du denkst jetzt wird es noch schwerer aber der hilft tatsächlich so und jetzt ist halt die frage wo nutzen wir den überall oder wo nutze ich den ja reden wir erstmal nur jetzt mal egoistisch nur von von mir wo ich den nutzen würde im angriff auf jeden fall kriegturniere da ist ja da ist der held oder da ist sie da ist sie jetzt sehr sehr gut wenn natürlich müssen wir jetzt auch natürlich dazu sagen wenn da Gegner sind die halt boni auch machen die sinn machen zu klauen alphaspot ein hippo mioni mit ihrem mana boost und sowas alles das sind alles sachen die einem selber dann wenn man es klaut halt bevorzugen in dem fall da würde ich sie auf jeden fall mitnehmen würde ich sie in die defensive stellen eher nicht weil sie halt nichts macht wenn sie da steht jo dann nehme ich halt kein alpha spotter mit dann umgehe ich das alles dann nehme ich vielleicht auch ähm nicht unbedingt einen helden mit wie wie das hippo oder helden die ähm gegenschlag machen oder so sie klaut von einem nur das heißt einer von den gegnern hat dann den gegenschlag da kann ich auch drüber hinwegsehen ne aber das ist halt so wenn sie in der defensive steht sie klaut halt irgendeinem wirklich random und es wird nicht gesteuert als wenn ich sie in der offensive mitnehme kann ich sie ja steuern und kann dann gucken jo welcher bonus würde mir jetzt am meisten weiterhelfen lösen jetzt zum beispiel gerade oder gleich aramis oder ähm hurricane oder anne oder jo lösen die gleich aus und sie ist an und ich kann mit ihr den alpha spot von einem ludwig oder von einem forsis oder wie auch immer alles ähm klauen dann überlebt mein team so wäre es dann halt tot wenn jetzt natürlich das wird wird zufällig verteilt ja ähm wenn dann natürlich ausgerechnet ich sag mal mein mein einziger heiler oder sowas den spott kriegt und danach tot ist ist halt blöd gelaufen aber dann sag ich mal so besser der heiler tot als mein ganzes team so könnte ich dann noch damage machen so also deswegen defensive eher nicht offensive auf jeden fall titan macht null sinn ja absolut nicht äh höchstens eventuell wenn überhaupt für die angriffsverstärkung aber da gibt es auch andere helden die sowas machen ähm da würde ich sie jetzt nicht unbedingt für mitnehmen äh events auch nicht ne events brauchst du drei äh also brauchst du einen Held der auf drei geht und dicken damage macht das macht sie halt nicht da ist sie halt auch nicht für geeignet ähm ja titan haben wir äh events haben wir defensive offensive ja also ist im Endeffekt ein reiner Offensivfeld ein reiner Support in der Offensive da ist er natürlich top sehr schnell selber sehr schnell geladen und boostet dann halt noch ein bisschen das Mana von anderen jetzt könnte man natürlich äh wurde schon im im Chat bei uns so ein paar Gedankenspiele gemacht jo was passiert denn wenn man ein Baden mitnimmt dann sie mitnimmt und dann zum Beispiel ähm schnelle Helden noch mit einem Kostümbonus hat dann müssten die ja dann auch irgendwie äh schon statt mit sieben mit sechs Steinen sogar an sein die schnellen Helden wie auch immer ich bin nicht so ein Freund von diesen ganzen Gedankenspielen äh weil ich weiß nicht ähm das ist eine schöne Sache ja aber da ist mir halt dann zu viel noch ähm zu viele Eventualitäten dabei ne muss man ausprobieren wenn das funktioniert wenn man jetzt ein Riss mitnimmt und sie zum Beispiel ähm würde er passen beide gelb ne er riss schnell und bade sie sehr schnell und ähm gibt halt ein bisschen Mana ab das kann ja auch häufig sein ja also ich meine so wenn man wenn man sie halt auf sechs Steine dann kriegt das geht ja mal flott so sechs Steine oder drei geghostete ne da ist ja schon mal im äh im reellen Bereich dass das irgendwie in einem Match vorkommen kann aber deswegen Riss sie und dann halt drei Aufladungshelden schnelle Helden dann kann das eigentlich ganz gut werden ne und wie gesagt meine meine Ruffian die macht das Ruffian und nur gibt die machen das extrem gut da bin ich echt ein Freund von und seitdem ich mit denen spiele muss ich echt sagen dieses Mana klauen und verteilen bin ich echt ein Freund von und jetzt habe ich hier halt noch ein bisschen mehr also ja einen anderen Fokus ne Ruffian macht ja macht ja auch viel Damage je mehr Mana der Gegner hat desto mehr Damage macht sie hier haben wir jetzt kein Damage aber hier können wir halt den ähm Sport klauen jetzt wär halt ne Überlegung vielleicht sie und Ruffian zusammen zu spielen ich werd sie wahrscheinlich kriegen also das ist so ein Monatsheld da bin ich jetzt da bin ich jetzt ganz ehrlich wenn ich den am Monatsende noch nicht hätte dann würde ich auch am Monatsende nochmal extra für den Helden beschwören aus meiner Perspektive für jemanden der ähm relativ gechillt weit unten spielt sag ich mal und nicht so die ganz krassen Gegner hat vielleicht auch nicht so viele die mit Alphaspot dann da unterwegs sind und sowas dem würde ich dann sagen musst du nicht unbedingt ja aber vom Prinzip her ist ein sehr schneller hält immer sehr nice die einzelnen ähm Elemente im Special sind sehr nice also ja ja ich bin tatsächlich sogar ein bisschen traurig dass ich von Ruffian und nur gibt nur noch eine einen doppelten habe ne ähm von anderen Helden die ja da bin ich zugeballert worden und da von von Ruffian nicht unbedingt das ist ein bisschen schade deswegen würde ich gucken dass man hier tatsächlich äh so einen Helden dann auch kriegt und 6 Gelbe wenn man gegen Alphaspot spielt kriegt man schon eher sag ich jetzt mal als 7 für einen schnellen Helden ne oder ne also das ist jetzt immer auf meine auf meine Truppen halt ähm gemünzt ne also je schneller der Held ist desto besser ist es natürlich er wird der Albtraum jedes Alphaspotter sein und das ist natürlich auch schön ja das darf man ja auch nicht vergessen gegen Ludwig kriegst du einmal an klaust du den Spott machst du dann nochmal an wenn du denn dann die Steine hast oder eine Lücke hast zum Ghosten dann kannst du auch den äh Mana Buff von ihm dann von einem anderen stehlen und dann hast du selber einen Helden der diesen Mana Buff hat und die ganze Zeit halt äh immer mehr Mana kriegt pro Runde ne also das sind nette Sachen und ich muss echt sagen ich bin ähm ich bin begeistert von dem Helden wenn er jetzt noch Schaden machen würde dann wäre er der perfekte Held für mich noch Schaden dazu dann wäre das aber auch schon zu gut für Monatshelden seien wir mal ehrlich also deswegen ja das wäre jetzt so ein Held wo ich auch sagen würde wenn du den am Monatsende noch nicht hast und weißt du spielst gegen viele Alphaspotter dann würde ich nicht nein sagen wenn du mich fragst ob du noch eine Beschwörung versuchen solltest um den Monatshelden zu kriegen ja also deswegen ähm ich hoffe ich werde sie mindestens zweimal kriegen das wäre ganz geil so oft wie ich den letzten gekriegt habe so oft sie dann ist alles alles gut und sie würde ich tatsächlich auch sehr zeitnah leveln und sie würde auch einen Limit Break kriegen den doppelten weiß ich nicht aber zumindest auf jeden Fall einen ich bin begeistert ganz ehrlich ja ja deswegen also die einzige Sache die ich jetzt noch nicht jetzt in dem Video klären konnte ist halt was was passiert mit Mana klauenden Minions dann wäre sie natürlich auch mega geil im Rush ich meine gut da sind sowieso 6 Steine die du brauchst da hat ihre Mana Geschwindigkeit nicht so viel mit zu tun aber auch da Alphaspot und wenn dann wenn du jemand wenn du einen Helden hast der ähm ja warte mal die Luna Helden die silenzen ja komplett die gegnerischen Minions aber das macht sie aber nicht es wird die Ticker werden kommen von den Minions die werden auch Schaden machen es wird halt nur dass zum Beispiel Gift Schaden halt von Bera oder oder halt Brand Schaden von Sun Quan der rote Königreich hält der die Minions macht also der Fünfer natürlich auch der der rote Vierer aber alle die sowas machen ähm das wird glaube ich nur blockiert oder widerstanden ich glaube man ich bin mir halt einfach nicht sicher ja schreibt es mir mal rein ich werde mich jetzt auch schlau machen wahrscheinlich wenn ihr es reinschreibt werde ich es auch schon wissen aber schreibt es trotzdem mal rein falls ich es nicht rausfinde aber das ist jetzt so eine Sache die ich nochmal abchecke vielleicht ja habe ich es auch schon rausgefunden bevor das Video erscheint dann einmal in die Kommentare gucken oder in die Videobeschreibung am besten in die Videobeschreibung oder in die Kommentare ich weiß es noch nicht und dann werde ich das da nochmal reinschreiben ähm damit wir das dann jetzt auch in diesem Video geklärt haben und ihr jetzt nicht auch alle loslaufen müssen also ich guck mal ob ich das rausfinde wenn er nicht stehen sollte dann schreibt es gerne hin dann hilft den anderen Leuten bis ich es rausgefunden habe ja ok gut jo also schöner Held sehr guter Monatsheld freut mich und ähm ich hoffe ihr beide wir sehen uns dann in meinem in meinem Team gut also Freunde dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns im nächsten Video macht's gut Ciao Ciao